Willkommen zur Nummer 52 und ich habe lange überlegt, was für ein Intro-Gag ich machen soll, ob ich so tun soll, als ob nix wäre, als ob nicht irgendwie sechs bis neun Monate ins Land gezogen sind. Ich weiß noch nicht mal, wie lange es her ist. Guck mal, an dem Level sind wir schon angefangen. Ich habe gar keine Ahnung. Ich weiß, dass es die Folge Nummer 53 ist und ich glaube, die letzte war, das muss so zum Start. Nee, ich sehe gerade, 13. April. Oh, huch, wie ist das denn passiert? Ja, guck mal, das sind gerade sechs Monate. Naja, das ist halt, also vielleicht auch nur ein halbes Jahr. Ich finde, das ist völlig in Ordnung. Da gibt es Podcasts, die haben länger pausiert. Die Ratsherren, hallo, mein Name ist Mats. Hallo. Mir nicht gegenüber, sondern weit in den Internet-Tiefen, verschollen sitzt Robin. Also je nachdem, wo man guckt. Das ist super traurig, dass ich dich gerade nicht anfassen kann. Ja, ich bin der Robin, guten Tag. Ich sitze im Hooked-Büro. Wir haben hier ein bisschen besseres Mikrofon. Und außerdem verteidigt meine Freundin gerade ihre Bachelor-Arbeit bei uns zu Hause. Viel Erfolg an dieser Stelle, Lucy. Also jetzt ist das schon vorbei. Das war wahnsinnig gut, was du gemacht hast. Ich habe ganz, ganz, ganz früher, ganz, ganz früher, dachte ich immer, dass wenn man so eine Bachelor-Arbeit verteidigt, dass das so richtig auch manchmal, also weißt du, dass das so richtig... Das habe ich aber auch gesagt, dass das komisch klingt. Das klingt nicht einfach, als ob du auf neutralem Grund wiedergibst, was du weißt, sondern das klingt so, als ob du da hingehst und die Leute sind ready, um dich zu zerstören. Und du musst jetzt da hin. Also Verteidigung klingt einfach so, als ob davon ausgegangen wird, dass es sicherlich scheiße ist. So ein bisschen auch wie Arena-Kampf. Ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, ob der Vergleich so mit dem alten Rom und den Gladiatorenkämpfen ähnlich ist. Aber da bist du ja hingegangen, um zu kämpfen. Deswegen hast du dich eigentlich nicht so richtig verteidigt. Deswegen ist der Vergleich nicht ganz so gut. Aber so geistig habe ich mir das früher immer gerne vorgestellt. Ja, verstehe. Aber ich meine, hattest du mal so eine Verteidigung durchgemacht? Ich hatte mal eine gemacht. Ich erinnere mich aber nur noch bedingt dran, weil ich sehr aufgeregt war. Aber ich bin da auf... Also es war alles cool. Aber weil die wirklich viele am Tag da durchverteidigt haben oder durchangegriffen haben, waren die nur so halb interessiert. Aber ich glaube, ich habe sehr gut abgestritten. Das war sehr unspektakulär. Man kann es nicht überprüfen. Man muss einfach davon ausgehen, dass es wahrscheinlich sehr, sehr gut war. Ja, ich habe am Ende... Stehst du in deinem Lebenslauf. Vermutlich guter Uniabschluss. Ja, was sind ihre Stärken? Nun, vermutlich. Ich tippe auf. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Nee, es war gut. Aber es ist halt einfach nur ein scheiß Vortrag. Und dann stellen Leute danach noch Fragen, wenn es interessant war. Und dann gehst du halt nach Hause und irgendwann sagen sie halt, nee, war okay. Und dann kriegst du halt irgendwie dann... Aber ich will das überhaupt nicht auf- oder abwerten. Aber ich weiß, meine war nicht so spektakulär. Vielleicht bist du ja bei Lucy anders gewesen. Ja, da war es bestimmt einfach super gut. 15 Punkte. Bam. Toll. Robin, wie wir darauf hingewiesen haben, es ist schon ein paar Tage her. Eigentlich ist dieses Konzept von unserem Podcast ja, dass wir Fragen beantworten. Nun haben wir schon unauffällig darauf hingewiesen, dass sechs Monate her sind. Das heißt, die Fragen, die uns zugeschickt wurden, möglicherweise über frage-at-gerat-zell.de oder über Twitter-at-gerat-gerat-zell oder auch eine Frage über Ask.fm. Da müsst ihr einfach mal nach uns suchen, die Ratzeit. Dass diese Fragen unter Umständen nicht mehr ganz so zeitaktuell sind. Also es war eine Frage, ich werde von einem Tiger verfolgt. Wie kann ich ihn abschütteln? Da werden wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr so richtig drauf antworten können. Ja, ja. RIP. RIP ist eine gute Antwort. Also falls ihr uns Fragen geschickt habt und die einen sehr zeitlichen Kontext hatten, nehmen wir die jetzt hier in diesem Podcast mal raus, wissentlich, dass es wahrscheinlich durch ist, das Thema. Aber wir haben eine aufregende Neuigkeit und die wird euch Robin jetzt mit Sätzen präsentieren, die sehr wenige A's benutzen. Bitte schön, Robin. Oh, du dummes Arschloch. Arschloch. Du verstehst das Spiel nicht, Robin. Ich glaube, es geht einfach darum, dass wir von euch doch gerne neue Fragen hätten. Das ist eine Aufforderung an jeden von euch, ganz tief in eurem Kopf herumzukramen nach Dingen, die ihr immer wissen wolltet und nie erfahren habt. Und uns diese Fragen doch bitte zu stellen. Vielleicht habt ihr einfach nur in den letzten sechs Monaten Dinge erlebt, die ihr kommunizieren müsst, um herauszufinden, ob ihr die richtige Tätigkeit dort vollführt habt. Das ist eine komische Formulierung, ist mir egal. Vielleicht fragt ihr euch, ob ihr manchmal Sätze komisch formuliert, was okay ist. Schickt uns diese Frage. Du hörst mich nicken, laut nicken. Ich nicke sehr laut. Ja, genau. Oder vielleicht braucht ihr einfach Tipps für euer zukünftiges Leben. Für all das sind wir da, denn wir planen jetzt einfach sehr bald, noch eine Folge unmittelbar aufzunehmen. Und für die würden wir gerne diese Fragen anfragen. Also diese Folge dient so ein bisschen als Zwischenepisode, als Spin-off-Folge, wo es jetzt unmittelbar nicht so viele Fragen zu beantworten gibt für uns, sondern wo wir ein bisschen was über uns und unser Leben erzählen. Ist ja auch mal spannend, was so zwei White Guys aus Berlin so den ganzen Tag machen, außer Podcast. Spoiler, nicht so viel. Und dann schickt ihr uns hoffentlich tausende Fragen zu. Dann können wir direkt noch eine Folge aufnehmen, wo wir dann auch wirklich mal auf die Fragen deutlich mehr noch mal eingehen können. Und in dieser nächsten Folge haben wir auch vor, dass wir dann ein bisschen konkreter werden können, um euch zu erzählen, wie wir künftig die Ratsherren handeln und veröffentlichen wollen. Das wissen wir gerade einfach noch nicht. Wir wollen dieses Gespräch gleich noch nach dem Cast oder demnächst irgendwann die Tage führen. Und dann gibt es also diese Antworten in der nächsten Folge, sowie hoffentlich auch wie in einem alten, bekannten Format, ganz, ganz viele wunderbare, lustige, herzzerreißende, ernste, traurige und komische Fragen, die wir für euch beantworten. Das ist sehr schön. Das drucke ich mir so aus und hefte ich ab dann in meinen Büchlein, wo ich gute Sätze von dir reinhefte. Das ist das, was ich mache. Ja, das ist unser Plan. Ich habe nichtsdestotrotz ein paar Fragen rausgesucht. Die sind, wie gesagt, vielleicht ein kleines bisschen allgemeiner. Wir sind ja auch so ein bisschen in der, ich nenne es mal ansetzen, Prädouille, in Anführungszeichen in Prädouille, weil wir ja schon sehr, sehr viel und auch sehr, sehr gut beantwortet haben. Das heißt, es kann, glaube ich, auch so ein bisschen gefühlt damit zu tun haben, sodass wir wirklich schon bei einigen Sachen, bei einigen Themen so ein bisschen im Kreis drehen. Das soll sich aber, wie gesagt, da soll sich keiner abgehalten fühlen. Schickt uns einfach mal alles und dann gucken wir uns das mal an und dann schauen wir mal, wie es so läuft. Es ist jetzt ja gerade eine ganz schöne Zeit, also 2020, wir wollen nicht auf den Zug des Jahres bashen, irgendwie aufspringen, aber 2020 ist ja durchaus ganz anstrengend. Aber ich habe das Gefühl, es wird gerade so in einigen Bereichen irgendwie wieder schöner vor einigen Tagen, weil es die US-Wahl noch nicht zu Ende gegangen ist, aber sie hat sich in eine Richtung entwickelt, die mir ein schön wärmendes Gefühl gegeben hat. Und das finde ich auch schön, weil wir haben ja damals eine Folge gemacht, als Trump gewählt wurde. Was mir dann in dem Kontext erst aufgefallen ist, dass das ja fucking vier Jahre her ist. Das ist sehr lange her, ja. Weil ich habe immer so gefühlt, dass dieser Podcast irgendwie, weiß ich nicht, gefühlt machen wir den ersten Jahr oder so. Ja, das stimmt. Das ist sehr, sehr weird gewesen und in dem Kontext ist mir halt auch wieder aufgefallen, dass wir lange keine Folgen gemacht haben, dass man einfach nur so eine Amtszeit eines Präsidenten über gefühlt irgendwie nur zwei Folgen macht. Vielleicht hat das damit zu tun, ich möchte ihm nicht die Schuld geben, aber auch trotzdem ein bisschen. Ja doch, Trump war damit verantwortlich. So, so, genau. Und deswegen finde ich gerade, finde ich wieder so neuen Mut und so ein bisschen Lebensgeister auch mal wieder über Dinge zu reden. Robin, was ist die, vielleicht, was ist denn die spannendste Sache, die bei dir in den letzten sechs Monaten passiert ist, beruflich und oder privat? Oh, ja, also wenn wir es auf sieben, siebeneinhalb, vielleicht acht Monate ausweiten, dann könnte ich halt den ... Ja, ist egal, sechs Monate war die Frage. Das ist, wir machen jetzt jetzt ... Ja, stimmt, weil der letzte Cast war ja im April, ne? Ja, so ungefähr. Also ich ... Oh, also so, puh. Von mir aus, da komm, spreng doch die Regeln direkt wieder, ist in Ordnung. Ja, nee, also ein singuläres Ereignis gab es da jetzt eigentlich nicht, weil in diesen Zeit, seit April, habe ich natürlich nichts veranstaltet aufgrund der Pandemie, außer zu Hause zu sein. Ich habe einmal, als es sich beruhigt hat und dann wie bei ein paar hundert Fällen nur noch waren, bin ich für eine kurze Zeit mal in meine Heimat gefahren und habe dort die Familie besucht, denn das zehrt tatsächlich ... Also ich schlag mich sehr, sehr gut eigentlich mit der Pandemie und komm da gut mit klar. Lediglich halt das erschwerte Besuchen meiner Familie macht mir wirklich, wirklich zu schaffen. Und das habe ich dann mal geschafft. Das ist leider auch schon wieder viel zu lange her und jetzt gerade geht's halt nicht. Aber das habe ich mal zwischendurch gemacht. Aber ansonsten habe ich wirklich eigentlich nichts gemacht, außer zu Hause gesessen und Konzerttickets fürs nächste Jahr gesammelt. Und also ich glaube, Lucy und ich gehen nächstes Jahr irgendwie auf acht Konzerte jetzt bisher, weil wir natürlich vier, fünf Konzerte dieses Jahr hatten, die alle verschoben wurden. Und dann kam jetzt noch Woodkid dazu und ein Gorillas-Konzert hatten wir uns jetzt gebucht. Gebucht? Ja, doch. Wir haben uns einen Platz gebucht am Gorillas-Konzert. Nächstes Jahr, was mich ekstatisch zurücklässt, denn das ist das neue Album, neues Gorillas-Album. Da haben wir es doch. Da haben wir es doch, Mats. War das neu? Ich habe irgendwie gelesen, dass das nur eine Sammlung von, also es ist kein zusammenhängendes Album. Doch, doch. Die haben einfach einen neuen, also das ist für mich das Ereignis, was ich benennen möchte. Bitte. Es ist vor zwei Wochen, glaube ich, das neue Gorillas-Album rauskommt, Song Machine, Season One, Strange Times. Und das, was du meinst, ist, die hatten einen recht einzigartigen Veröffentlichungsrhythmus, sich dafür ausgewählt, der mir sehr gut gefällt. Sie haben nämlich über, ich glaube, sechs Monate, knapp sechs, sieben Monate, verteilt jeden Monat ein Song samt Video veröffentlicht aus diesem Album von insgesamt irgendwie elf, mit der Lux-Edition sind es, glaube ich, knapp 14 Songs. Ähm, und dann halt das ganze Album, äh, und jetzt kommen immer noch neue Songs aus diesem Ding aus. Also sie machen fast jeden Song zu einer Single, äh, den sie halt monatlich wie so eine TV-Episode veröffentlichen. Äh, und am Ende, jeder Single gibt so einen kurzen, so nächste Episode bei Song Machine. Und du siehst ja schon so zehn Sekunden aus dem nächsten Video, sodass du quasi wirklich einen kontinuierlichen Supply von neuer Gorillas-Musik hast hier im Monat. Und dann eben den Album-Drop, wo dann aber noch mal ein halbes Dutzend neue Songs drauf waren. Und, ähm, genau, und, äh, jetzt so die, das letzte Album, The Now Now, fand ich ein bisschen enttäuscht, weil mir das zu bekannt war. So, das war so sehr, hier ist genau das, was ihr wollt, die Superfans, Damon Albarn, äh, und sonst nichts. Äh, Humans war ja, äh, sehr, sehr anders, äh, sehr, sehr Hip-Hop-fokussiert und recht wenig Damon Albarn drin. Ähm, was mir aber sehr gut gefallen hat. Äh, und jetzt, äh, Song Machine ist einfach was total Frisches und Aufregendes und womit ich nicht wirklich, also, was total viele unterschiedliche Richtungen geht und super positiv ist irgendwie für mich und mir super gute Laune macht. Und da sind richtig viele, richtig tolle, schöne, wunderbare Songs drauf. Und, ähm, das macht mich richtig, richtig glücklich, dieses Album. Und ich habe einen Morgen an einem Wochenende da mit Apple verbracht, mit Lucy war Couch zu sitzen und eine Stunde, anderthalb Stunden dieses Album zu hören. Und ich glaube, das war das Schönste, was ich in den letzten sechs Monaten gemacht habe. Das würde ich benennen wollen. Ich finde es sehr, sehr, äh, angenehm, dass das, ähm, also ein richtiges Album, Album dann auch noch gab. Weil was mich, das habe ich letztens gemerkt, wirklich mittlerweile nervt, sind diese, sind diese Herangehensweisen von, wir droppen einfach nur noch Songs. Ähm, und irgendwann werden die dann in der Playlist zusammengefasst und dann ist es ein Album. Also es gibt immer noch viele Künstler, die machen das natürlich anders, aber ich habe es jetzt öfter erlebt, dass dann immer wieder plötzlich so ein Song irgendwo auftaucht und das kann man natürlich auch machen. Aber ich finde, es geht halt nichts drüber, über so das erste Mal wirklich ein Album, im besten Fall auch noch ein konzeptionell erstelltes Album, das allererste Mal vom Künstler hören, äh, oder Künstlerin oder einer Gruppe oder was auch immer. Finde ich, ist immer noch ein anderes Gefühl und ich bin jedes Mal dankbar, wenn das, wenn das passiert. Ja, das ist eine voll interessante Fragestellung oder ein Thema, weil ich hatte genau den gleichen Gedanken auch, dass ich halt wirklich sehr happy über dieses kontinuierliche, konnte mich immer auf einen neuen Gorilla-Song freuen, ähm, aber dann auch der so Gedanke, hm, aber dann kommt das Album raus und dann habe ich das ja alle schon gehört, dann ist da ja gar nichts Großes mit. Aber sie haben Dinge, ich für mich persönlich, und das wird bestimmt auch Leuten anders gehen, aber mir persönlich haben sie so den perfekten Balance gefunden, dass sie halt immer noch genug Songs auf dem Album hatten, die ich noch nicht gehört habe, die sich auch nicht angefühlt haben, als wären sie irgendwie zweite Riege oder so, sondern wirklich einige der besten Songs hatte ich halt noch nicht gehört. Und dann gab es ständig diesen Mix aus, ach, der Song, stimmt, den habe ich jetzt schon seit drei Monaten nicht mehr gehört, äh, weil ich mal absichtlich das so ein bisschen auch für das Album aufbewahren wollte, dass ich mich da wirklich intensiv mit auseinandersetze. Äh, und immer wenn ich dann dachte, jetzt will ich mal was Neues hören, kam auch was Neues. Also das war ein sehr, sehr schöner Mix für mich. Und ich glaube, in dieser Zeit, wo man nicht so viel unterwegs ist und rausgehen kann, war das so eine der tollsten, schönsten Erfahrungen für mich. Voll gut, weil ich habe da, ähm, sehr, sehr wunderschön deprimierende Musik entdeckt oder wiederentdeckt. Ähm, ich bin gerade, weil ich, äh, weil wir beruflich ein bisschen mit dem zu tun hatten, mit A zum J, äh, der ist Rapper und auch Produzent, der hat jetzt das letzte zugezogen Maskulin-Album zum Beispiel produziert. Äh, unter anderem aber auch, ich glaube, 2017 oder 2018 mit Lance Butters ein Album, das nennt sich Angst. Und das ist so eines der deprimierendsten Alben. Also so, so richtig, wenn du sagst, ah, mir geht's gerade, äh, und ich weiß auch nicht, und dann möchtest du einfach noch ein bisschen tiefer runter. Ja. Hörst du dir dieses Album an und das ist, finde ich, ne, ne, das ist auch das erste Mal, dass ich tatsächlich nachträglich dann noch wirklich geguckt habe, bekriebe, bekriege ich jetzt irgendwie noch die Schallplatte her, weil ich mag das Cover sehr gerne. Es ist, äh, es ist so ein stimmiges Gesamtwerk und das war dann auch wieder einfach mal eine Chance dann zu haben, so den Produzenten irgendwie sagen zu können, ey, die Beats, die du da produziert hast und das ganze Ding ist einfach so, so ein, ein schönes, schön trauriges, großartiges Gesamtkunstwerk. Das hat mir nochmal so wieder ein bisschen einen Kick gegeben. Das ist auch was, was ich gerade so in meinem Job so zu schätzen lerne, dass man immer wieder mal, ähm, zumindest so deutschlandweit an, mit Leuten zusammentrifft, die man dann künstlerisch auch echt schätzt. Und bisher war meine Erfahrung immer, dass es, sie sind immer, also es hängt natürlich davon ab, wie man es macht. Ich schreie sehr viel und freue und weine und, und fasse sie an, äh, was gerade jetzt zu Corona-Zeiten sehr, sehr gut ankommt, habe ich die Erfahrung gemacht, aber die, die, die freuen sich eigentlich immer sehr. Ja, das ist natürlich, man hört immer, also es ist ein, 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 ein großer Schritt für jeden, einfach un, ohne jetzt einen großen Grund dafür zu haben, jemandem positives Feedback zu geben. Und negatives Feedback ist halt einfach und wird schnell gemacht, aber jemandem zu sagen, ach, übrigens, ich gebe jetzt gar nichts groß, was ich sonst sagen will, aber das war cool. Das, ähm, das ist sehr, 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 sehr wichtig für, für, für kreative Menschen. Also für jeden Mensch. Ja, ansonsten, ähm, wo wir gerade beim, beim Job waren, ich hatte ja zwei, ähm, zwei irgendwie so im Nachgang irgendwie merkwürdige Veranstaltungen. Wir hatten einmal das, ähm, das Angelcamp und jetzt kürzlich das Horrorcamp, was jetzt gerade total weird ist, drüber nachzudenken, dass das so Großveranstaltungen waren. Das waren zwei Livestream-Events, ähm, einmal mit, ähm, also, das ist eine Vierer-Kombo. Wir haben einmal Sido, also jetzt bekannt als Sido und dann gibt es den Livestreamer Knossi, der, äh, bekannt ist als Casino-Streamer auf Twitch. Ich glaube, mittlerweile auch der größte Twitch-Streamer Deutschlands. Das ist an sich schon mal eine Aussage, also gerade im Kontext mit Casino-Streams. Ähm, Money Mark, bekannt von, äh, Die Atzen. Und dann, äh, unsympathisch, TV. Ähm, der macht, äh, lustige Videos, aber tatsächlich auf einem, wie ich finde, durchaus sympathisch im Level. Und die vier haben sich aus irgendwelchen Gründen zusammengetan und haben gesagt, wir machen jetzt, äh, so ein, so ein Dauer-Livestream-Wochenende einmal im Sommer, wo sie geangelt haben an so einem See. Und jetzt dann nochmal kürzlich in einem, äh, ja, in einem Horrorhaus in Süddeutschland. Beides natürlich voll in der, äh, Corona-Zeit. Jetzt die letzte natürlich nochmal in einer etwas heftigeren. Und das war sehr interessant zu gucken, wie so eine Großproduktion ablaufen kann. Auch gerade eben mit, äh, mit Schutzmaßnahmen, mit Tests, ähm, wie sich dann vor Ort verhalten wird. Äh, dass das tatsächlich geht. Ich meine, man sieht's ja auch im Fernsehen. Es gibt da ja auch Live-Shows, ähm, die dann sich so langsam anpassen und die langsam auch irgendwie ihren Rhythmus finden. Ähm, aber das hat mich ganz, ganz eindrücklich hinterlassen. Äh, ich weiß nicht, wer, ob du irgendwas davon mitgekriegt hast jetzt vom, vom letzten Stream, ähm, wo man so doch denkt, ist, technisch kriegt man das durchaus hin, dass das alles auf einem, auf einem höheren Niveau sitzt. Aber meine Güte, haben die sich da volllaufen lassen vor der Kamera. Ja. Und vollgefressen und rumgepöbelt. Dann haben sie wieder gesoffen. Ja. Dann haben sie Geister verjagt. Und ich glaube, dann wurde nochmal ein bisschen gesoffen und dann ist Sido runtergefallen. Und dann wurde weitergesoffen und dann war Ende. Das ist, ich weiß halt, hm, hm. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen und aufhören soll. Äh, also, dieses, diese, diese Art der, der, der Unterhaltung ist für mich irgendwie sehr, äh, also, hm, äh, ich weiß nicht, ob ich es wirklich kritisierenswürdig finde, weil dafür ist es mir jetzt, also, ist es nicht kontrovers genug oder so. Ah, doch. Ähm, ich frage mich halt nur, so, das sind halt einfach mit 40er weiße Millionär-Dudes, äh, arschreich, die interessieren sich für wenig, außer, dass sie, äh, dass sie weiterhin viel Geld haben und dass sie mit ihren Kumpeln sich besaufen können und that's eigentlich, und das eigentlich, das ist es eigentlich. Ähm, und dass dann diese neue Unterhaltungssparte einfach nur daraus besteht, dass, äh, diese Leute einfach nur sind. Und guckt mal, wie diese Männer einfach sich geil finden und Spaß daran haben, in diesem Luxus und, und in diesem privilegierten Zustand zu leben und sind sie nicht lustig dabei auch noch. Ähm, das gibt so, also, wenn ich mir halt vorstelle, wie viele Kids sich das angucken und dass das dann so das große Idol ist und das Ziel ist und ich glaube, da spricht grad auch der Robin aus mir, der auf die, mit großen Schritten auf die 30 zugeht. Ähm, aber, äh, ich, das, 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 das gibt, macht mir keine Bauchschmerzen. Dafür ist es, glaube ich, einfach nicht, also, da machen mir andere Sachen deutlich mehr Bauchschmerzen. Ich sag, ich denke mir nur so, ah, könnten die nicht auch als durchaus kreative Menschen Besseres mit ihrer Zeit anfangen, als zu sagen, mein neues kreatives Outlet ist, ich bin einfach da und es besauft mich und dann, das ist das, was ich der Welt gebe. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß total, was du meinst, weil das, ähm, also, der, das, was nach außen kommuniziert wurde, ist natürlich so, ey, da sind vier Buddies und die haben Bock irgendwie was zusammen zu machen und, äh, nach, nach diesem Angelding, was finde ich noch einen, ähm, das war eine andere Ausrichtung, jetzt eben zu Halloween irgendwie so ein, so ein Horror-Ding, wir sind drei, drei Tage oder zwei Tage in so einem Geisterhaus und das ist unheimlich und so, äh, da hätte man schon was draus machen können. Aber ich stimme dir zu, dass der Selbstzweck, sich da hinzusetzen, sich volllaufen zu lassen und hin und wieder mal, äh, keine Ahnung, in einen dunklen Raum zu gehen und, äh, das dann aber selber zu torpedieren, weil man sich überhaupt auf gar nichts einlässt, ist sehr, sehr merkwürdig. Aber ich find's halt so faszinierend, dass da, also, weil das auch das Event jetzt wieder irgendwie den deutschen Zuschauerrekord bei, bei Twitch gebrochen hat, irgendwie, ich glaub, 360.000 oder so. Und es ist so, oder 330.000 sogar, egal, es war, es waren auf jeden Fall wieder viele und es ist halt inhaltlich so, so gar nichts passiert, was irgendeine Relevanz hatte, außer, dass irgendwie Bowser, äh, der dann da war, der, der Rapper, ähm, auch sturzbetrunken angekommen ist und dann irgendwie da Leute, ähm, homophob angepöbelt hat. Geil! Äh, genau, das war dann auch so die, die, die Kirsche oben drauf, was ich aber so, also, warum ich dann da trotzdem mit einem, ähm, mit einem positiven Gefühl irgendwie rausgegangen bin, ist, weil ich gemerkt habe, dass das Internet das auch mitkriegt. Also, dass da vielerorts die Produktion gelobt wurde, also die technische Umsetzung, weil das alles gut funktioniert hat und wir haben uns echt auch einen mega Aufriss gemacht da, weil das ist quasi ein, ein fünf- bis sechsstöckiges altes Hotel, was in den 70ern, ähm, äh, äh, quasi dicht gemacht wurde und das ist noch in einem, in einem, in einem Zustand, wie es damals war, so grob und das ist echt Schweinescheiße unheimlich, wenn du da im Dunkeln durch diese, durch diese verlassenen, es ist wie, wie, wie in Silent Hill 2 tatsächlich, so, das, das Hotel, so muss man sich das tatsächlich vorstellen und wenn man sich da so ein bisschen drauf einlässt, kannst du da richtig, richtig, ein richtig komisches Gefühl kriegen, aber, also, die sind da rangegangen und hatten auf ganz offensichtlich kein Konzept, das sich über eine halbe Stunde trägt, ähm, und das wurde eben auch bemerkt, so, das, das merkt man in den Kommentaren, dass da, irgendwie auch differenziert wird und das auch, ähm, zum Beispiel der, äh, äh, Sascha heißt ja, glaube ich, von Unsympathisch TV auch in seinem Stream gesagt hat, so, ey, das ist halt, es ist halt schade, dass wir da nichts draus gemacht haben und, ähm, hier, ich finde, jetzt kommt so ein bisschen dieses, ja, klar kann bei Twitch jeder irgendwie alles machen und wenn du genug Kohle reinsteckst, kannst du auch irgendwie alles in einem ganz großen Rahmen machen und dann sieht's vielleicht auch irgendwann aus, als wäre das eine riesen Fernsehproduktion und so, aber wenn du dann nicht weißt, was, was du willst, was dein Anspruch ist, auch vielleicht dein künstlerischer oder auch gesellschaftlicher, weil man hätte da ja, man kann ja mit so einer Reichweite alles mögliche machen, nicht wahr, vielleicht auch mal Spenden sammeln für, keine Ahnung, ganz absurd, irgendwie, äh, Künstler, Künstlerinnen, die, ne, nur so ein Gedanke, also, man kann, man kann mit so einer Reichweite auch was Produktives machen und ich glaube, also, es ist, ich meine, es ist ja auch schon, kann man ja auch durchaus als, 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 als was Positives ansehen, dass sich vielleicht Leute jetzt gerade so ein bisschen mein Wochenende unterhalten haben, weißt du, so mal einfach Kopf aus. Ja, man könnte aber auch als was Negatives ansehen, dass Dutzende Leute dafür durch Deutschland reisen mussten, wie in der Pandemie. Ich sage, es gibt Pro, Pro, Pro und Kontrast, äh, absolut, absolut, also, und, also, auch, was da an Geld investiert wurde, das ist echt krass, wenn man weiß, zum Beispiel, was so ein Corona-Test kostet und du weißt, dass da 50 bis 60 Leute vor Ort waren. Und von den Corona-Tests haben wir gerade nicht sehr viele, äh, also, die sind gerade am Ende ihrer Kapazitäten angekommen. Genau, so, da kommen ganz viele Sachen, die, die wirklich fragwürdig sind und, ähm, ich finde das tatsächlich interessant, dann so zu beobachten und ich bin auch mal gespannt, wie es da weitergeht und, also, ich habe nicht das Gefühl, dass sich da in der Twitch-Szene irgendwie jetzt gerade viel verändert, ähm, irgendwie dahingehend, dass man merkt, so, ey, wenn man da viel Geld reinpumpt, kann man irgendwie die Reichweite erhöhen, ja, guess what. Äh, und am Ende ist das halt natürlich auch irgendwie ein Promo-Move, so, die haben damit auch Kohle gescheffelt. Mhm. Das darf man ja auch nicht vergessen und dann, es gibt halt so viele Ebenen, ne, dann, ich meine, so jemanden wie Knossi, der, der wahrscheinlich auch schon mehrfacher Millionär ist, dann ein Buch hat schreiben lassen, geschrieben hat, ne, so wie, wie er zum Internetkönig wurde und dann halt, äh, Streams macht, wo er, wo er rumbrüllt, wie geil Glücksspiel ist online. Das ist ja auch so eine Ebene. Da kann man sich ja auch mal überlegen, wie geil man das findet. Also, du merkst, ich habe mir viel Gedanken gemacht. Ich sitze viel mit einem Glas Tee auf dem, äh, mit einem Becher hier Tee auf meinem kalten, kalten Balkon und starre in die, in die neblige Herbstnacht und, äh, überlege, was ich eigentlich mit meinem Leben mache. Ja, ich, ich musste aber auch so ein bisschen daran denken, ähm, du hast halt Bowser erwähnt und ich weiß, ich glaube, ich habe das im Podcast noch nicht erwähnt, weil ich glaube, das war erst danach, dass ich das gesehen habe. Ich kenne ein einziges Video von Bowser und ich, eine Performance von Bowser und, ähm, das, also, ich habe mal ein paar Songs von dem gehört, äh, so im Radio, aber die habe ich schon wieder vergessen und die werde ich mir jetzt nicht in Erinnerung rufen, weil ich gerne möchte, dass das meine einzige Erfahrung zu Bowser bleibt. Der hat nämlich mal auf irgendeinem, ich glaube, es war irgendein Red Bull-Event oder so. Wo er mit verschiedensten Künstler, Künstlerinnen gefeatured hat, live auf der Bühne, ja. Ja, genau. Ähm, und da war er mit Lena Meyer-Landrut und, äh, wollte, hat 99 Luftballons gemacht. Und davor redet er dann ein bisschen und da sagt er dann so, Leute, ey, ich, ich habe hier was ganz Eigenes gemacht, das ist mein 99 Luftballon, ja. Äh, ich bin hier auch ein Künstler und das hier ist deswegen jetzt meine eigene, einzige, einzige Version von 99 Luftballons, vielen Dank. Und dann kommt Lena Meyer-Landrut raus, dann macht sie 99 Luftballons und das ist halt exakt das alte, alte Song mit so einer, ein bisschen mehr Bass im Hintergrund. Und das fand ich so fucking lustig, weil er da vorher so redet, so ey, das ist mal meine, meine Interpretation davon. Ja, das ist einfach exakt der gleiche Song. Das fand ich sehr lustig. Ich kann, äh, noch ein kurzes Update geben, äh, Lucy hat das Ding gecrushed, es lief super, äh, wir applaudieren alle. Auch ich möchte diese Chance nochmal nutzen, um über diesen Podcast, den sie sich auch anhört, meiner Freundin zu gratulieren, neben der ich wahrscheinlich jetzt gerade sitze. Vielen Dank. Während du das hörst? Äh, nee, jetzt gerade nicht, aber wenn sie den Podcast hört. Dann sitzt du daneben. Dann sitze ich wahrscheinlich am Schreibtisch neben ihr, ja, weil wir unsere Schreibtische nebeneinander haben. Krasse, krasse Zukunftsperspektive, die du da ausrollst. Ich weiß nicht, wo ich morgen um diese Zeit bin, ich habe keine Ahnung. So, also, äh, wir haben ein bisschen was erlebt, aber nicht so viel, es ist Corona, ähm, aber, äh, Trump ist, äh, äh, abgewählt, er ist noch immer Präsident und das wird sicherlich noch alles ganz furchtbar und auch ganz furchtbar seltsam und wahrscheinlich wird es auch noch ganz furchtbar dumm, was da in Amerika passiert, aber mit diesem positiven Gefühl kann ich jetzt in eine, äh, in eine Frage gehen. Ähm, ich nehme mal eine, die, äh, die, 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 ich glaube doch, das ist, das ist dein, dein, also ich kann es mir vorstellen, ich, ich möchte nur, dass du diese Bilder schon mal, ich kann mir das vorstellen, ich habe es auch im Ohr, folgende Frage ist uns zugetragen worden. Hallo, werte Ratsherren, um sofort mit der Tür ins Haus zu fallen, was ist eure Meinung zu deutschem Dirty Talk? Ich mag die deutsche Sprache an sich sehr gern, aber wenn es um sexuelle Sachen geht, bevorzuge ich die englische Sprache um Welten. Ja, äh, Zustimmung, äh, Agreement, äh, wie, also man muss natürlich sagen, ähm, die Sache mit dem, mit der englischen Sprache ist sowieso derart eskaliert, seit ich mit Lucy jetzt seit knapp über einem Jahr zusammen bin, weil sie halt auch viele englischsprachige Freunde hat und mit denen sie einfach Englisch spricht, äh, sie hat teilweise aber auch deutsche Freunde, mit denen sie Englisch spricht, ähm, was höchst seltsam war, ähm, das zu merken. Aber, äh, dadurch, äh, von, das, das sind nicht mehr nur noch Anglizismen, mit denen wir uns unterhalten, also man rutscht teilweise immer mal wieder für einige Sätze jetzt Englisch und ich hasse es, ähm, aber ich kann auch wenig dagegen tun, aber da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, wenig ist weniger sexy als deutsch. Es ist lustig, weil das in, ähm, in meiner Beziehung, äh, tatsächlich ähnlich ist, wir haben aber tatsächlich das Agreement getroffen, dass wir das nur hier für uns machen und sobald eine dritte Person da ist, äh, reißen wir uns da ganz hart am Riemen. Ja, also ich versuch's auch, ich schaff's nur nicht. Ja, so, das ist, ähm, aber das ist... Nicht Dirty Talk mit ihm zu betreiben. Nee, Dirty Talk ist ja nochmal ein Thema, wir sind ja gerade erst nochmal bei einfach, wie die englische Sprache reinkommt. Das Ding ist halt, wir benutzen die englische Sprache, um Sachen auch noch dann krass zu verniedlichen. Ähm, also, äh, und es entstehen da teilweise Worte, die vielleicht auch damit, also es entwickelt sich so eine ganz, ähm, merkwürdige Parallelsprache, die natürlich dann jetzt auch durch, durch die viele Zeit, die man dann irgendwie zusammen verbringt, durch Homeoffice und so weiter, sich ja immer mehr verselbstständigt. Da heißen Tauben nicht mehr Tauben, sondern nur noch Gubbler. Und, ähm, das, 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 oder wenn ich mir dann Latschen hole, also irgendwie so, so Puschen, dann sind das irgendwie Fuzzis. Ähm, und das, das wird so, es ist auch schon an einem grenzwertigen Level, aber es ist irgendwie sehr angenehm, weil wir die Sprache sehr weich gemacht haben. Wir sind so ein bisschen weg von dem, von dem harten deutschen Ton, der da, gib mir mal die Latschen, sondern man, man geht in so, man sucht sich halt so Alternativen. Und so wird das, wird das tatsächlich, äh, angenehmer, was das angeht, aber auch nicht mehr so richtig gesellschaftsfähig. Und das könnte auf lange Sicht nochmal ein Problem werden. Dirty Talk selber, ich finde tatsächlich, guter deutscher Dirty Talk im sexuellen Bereich kann auch sehr gut funktionieren. Finde ich. Aber, es ist, es ist halt so ein, also, es gibt ja, es gibt ja, es gibt... Sag mir mal was. Nee. Ich muss das von dir hören, lieber Mats. Ich, ich suche jetzt auch gerade nach einem, nach einem Beispiel. Das Problem ist halt, das ist halt extremst kontextabhängig. Also, äh, Dirty Talk funktioniert nur im, 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 im sexuellen Kontext. Soll ich dir, soll ich dir eine Fanfiction auch kurz vormalen, wie wir beide im Bett liegen und wo mein Penis im Verhältnis zu deinem ist? Da funktioniert das dann halt nicht. Aber wenn ich jetzt wirklich mit dir im Bett liegen würde und du würdest mir zärtlich ins Ohr hauchen, oh ja, Bärchen, streichel mein Becken, dann würde ich, dann würde ich sagen, naja, oder... Ist das Dirty... Moment, ist das Dirty... Dirty Talk-Bärchen? Wir können jetzt hier in der Öffentlichkeit, äh, gerade auch hier im Internet, da können wir die, die ganzen... Hier, du kleiner Schmetterling, ich hab dich sehr lieb. Die harten Fakten können wir hier nicht auf... Hahaha, richtiger Dirty Talk vom Watz an dieser Stelle. Kleiner Maulwurf, du, geh mal, geh mal rein unter die Erde. Äh. Ja, ich muss, also ich, ich muss sagen, ich tu mich generell schwer mit Dirty Talk, einfach weil, also ich komm da auch nicht ganz raus, mich von außen dabei zu sehen und zu hören und ich denke, und ich denke mir dann so, wow, das ist gerade, also ich persönlich könnte das nicht ernst nehmen, äh, was ich da gerade tue, die andere Person glaube ich schon, aber ich komm da nicht so ganz aus meiner Haut raus, das bin dann einfach nicht wirklich ich, äh, muss ich, äh, muss ich sagen, äh, das, das, das mach ich dann lieber an anderer Stelle, äh, äh, äh... Hahaha, aber einfach durchs Reden, weiß ich nicht, das ist mir dann irgendwie zu, ich, weil, ich glaube, für mich, ich glaube, vielleicht ist die Begründung mehr, dass, ich glaube, dass diese Begründung stimmt tatsächlich eher so, aber ich glaube, die Begründung ist mehr, dass das für mich irgendwie sehr zusammenhängt mit Porno-Performances. Ja, ja, natürlich. Ähm, ich glaube, ich hab das voll in meinem Kopf damit verbunden, ja, irgendwie bei irgendeinem Porno, wo da irgendjemand irgendein Ne oder irgendein Ne da liegt und dann diese Dinge sagt und man einfach merkt, mein Gott, das ist wirklich das Unsexiest, was ich in meinem Leben je gehört habe. Ähm, und, äh, ich glaube, das ist einfach sehr damit verbunden für mich. Ich glaube, es ist vermutlich sogar mehr das. Aber ist es dann nicht, also, jetzt überlege ich gerade, weil die Frage ist ja, ist es eher die deutsche oder die englische Sprache, weil, äh, der oder die Fragesteller ihn hier ja gefragt hat, ähm, nee, selber ja gesagt hat, wenn's um sexuelle Sachen geht, bevorzuge ich die englische Sprache. Also, hat das dann auch damit zu tun, dass du halt vielleicht durch, durch deutsche Pornografie geprägt bist, weil, äh, oder war das bei dir schon in der Zeit, wo man international aufgewachsen ist? Zunächst, ich begrüße an meinen Vater, äh, nee, glaube ich nicht, äh, das, der, der diese Podcast hört, was ich immer wieder gerne bei diesen Themen kurz, äh, bitte, bitte, bitte. Ich bin noch mal Leute dran erinnert, hallo Papa, ich hab dich lieb. Ich wusste das schon vorher, deswegen frage ich. Ja, nee, also, das hat mit der Sprache tatsächlich, äh, recht wenig zu tun, ähm, also, an, 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 an deutschen Pornos hab ich jetzt auch nicht besonders viel irgendwie im, im Kopf zu, ich glaub, das, aber, wenn ich mir das vorstelle, das find ich noch weniger sexy. Also, Deutsch noch weniger als Englisch? Ja, auf jeden Fall, wenn ich mir vorstelle, wie da irgendwie, äh, in irgendeinem amerikanischen Video jemand da liegt und, äh, äh, irgendwie aufzählt, in wie viele Löcher sie jetzt gefickt werden möchte, um es mal so zu formulieren, äh, das find ich, schon, denk ich mir schon so, äh, ach, naja, hot ist das nicht, aber wenn ich mir das auf Deutsch vorstelle, da, also, da, da, da find ich das nicht nur nicht mehr sexy, sondern da find ich's, glaub ich, einfach ein bisschen lustig noch und lächerlich. Aber, da, da, da ist ja vielleicht auch die, ein bisschen die Definition jetzt nach, nach Dirty Talk, weil da gibt's ja auch verschiedene Absuche. Ja, aber genau, aber das ist jetzt, was ich sage, nee, genau, 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 aber das ist, was ich sage, ich glaube, das hängt, das ist für mich einfach sehr damit verbunden, äh, irgendwo. Ähm, und, äh, das ist jetzt nicht so, dass ich deswegen da sehr allergisch drauf reagiere, aber selbst komm ich dann selten auf die Idee, dass ich jetzt sage, was dem, was diesem, 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 diesem hotten Geschlechtsverkehr gerade fehlt, ist, dass ich jetzt grad noch irgendwie einen richtig geilen One-Liner raushau. Ähm, weiß ich nicht, das war, bisher ist mir das noch nicht so richtig, also, es war schon in den Sinn gekommen, I guess, aber es war nie so wirklich irgendwie Sache, wo ich dachte, das fehlt mir jetzt, das brauch ich hier. Aber es ist tatsächlich ein interessantes Thema, weil das ist ja, also, Dirty Talk, die einzige, also zumindest geht's jetzt mir so, die einzige, ähm, die, die einzige Quelle, die ich ja tatsächlich da, da kenne persönlich, ist ja tatsächlich nur Pornografie. Ja. Also, das ist ja nix, was man irgendwie, irgendwie sich selber beigebracht, also, vielleicht gibt's das, geht bestimmt und vielleicht gibt's auch Leute, die da irgendwie extrovertierter sind oder so, oder wenn man, keine Ahnung, vielleicht direkt einen Partner, Partnerin hat, die, ähm, die das selber, die das selber einsetzt, dieses Mittel, äh, oder diese Art, weil, ich mein, Dirty Talk, es ist ja am Ende, kann's ja auch einfach nur Kommunikation sein. Ja. Und Kommunikation ist ja auch gerade beim, beim Sex eher was, was Gutes, was Positives. Das ist ja, ja, da bin ich voll für, da unterstütze ich, äh, sehr und bin ich auch sehr dabei. Und wann, wann geht die Anleitung über in Dirty Talk? Ich glaube, das ist ja die, die Frage, wo sicherlich der ein oder andere, äh, schon gesessen hat und gesagt hat, so, jetzt, äh, Vorsicht. Oder jetzt geht's los. Ja, so, jetzt, Vorsicht. Oder now, now it's on, sagt man, glaube ich, now. Ja, ohi, hier, wie sagt, äh, hier, I'm, I'm really feeling it. Ja, I'm, I'm, and you are really peeling it. Äh, äh, was? Und so, also. Das erklärst du mir nach dem Cast ein bisschen. Ich, ich werde dir über das. An welcher Stelle das Peeling zu tragen. Ähm, ein, äh, ein, ein Video schicken. Äh, ja, aber damit haben wir, glaube ich, diese Frage zur Genüge, äh, beantwortet. Und, ja, schickt doch, also, vielleicht neben den Fragen, die ihr schickt, schickt ein paar Dirty Talk Vorschläge. Oh, die besten Dirty, ja, aber das, das geht dann wieder in so, glaube ich, ganz schnell in blöde One-Liner. Also, weil. Ja, aber du musst sie ja lesen. Du, äh, schickst dann ja nur an, für mich die Besten weiter. Also, für mich hast du keinen Nachteil. Das ist, da ist ein Argument, da können wir nicht drüber schreiten. Das ist, da, da sind wir raus aus dem Nummer. Ja. Hallo, verehrte Ratsherren. Ich lebe seit kurzer Zeit in meiner ersten eigenen Wohnung. Ja, jetzt nicht mehr seit so kurzer Zeit. Und bin zutiefst von, von meiner Unfähigkeit des Überlebens bestürzt. Was waren eure anfänglichen Probleme im selbstständigen Leben? Und habt ihr Tipps für mich, wie man zum Beispiel das Putzen erträglicher gestalten kann? Nee, das ist scheiße. Muss man halt machen. Ey, ja. Also, keiner, ich hatte, hm, ich muss sagen, also, ich weiß nicht, wie es bei dir war, lieber Mats. Aber ich hatte damit keine großen Probleme. Ähm, für mich war der große Schritt, wobei ich auch schon das Führliche erzählt habe, dieses Ding, ähm, einfach in Berlin zu sein, alleine. Mhm. Ähm, und das hat sehr mir Probleme bereitet in den ersten Tagen. Ähm, dieses, dieses Einsamkeitsgefühl. Äh, aber allein das Gefühl, jetzt alleine zu leben und waschen und, äh, um Essen zu kümmern müssen, putzen. Ähm, das war tatsächlich bei mir, das ging recht dynamisch einfach. Da hatte ich jetzt selten große Probleme mit. Ich hab ja eigentlich nie so richtig alleine gewohnt, außer mal ein halbes Jahr in, äh, in Göttingen. Ähm, und das war jetzt auch so ein Studentenwohnheim. Und danach war es dann immer WG oder dann halt mit meiner Freundin. Das heißt, ich hab nie so richtig lange alleine gelebt. Das heißt, ich kann das gar nicht so richtig... Aber das zählt ja trotzdem. Also, du musst ja, also, das, trotzdem mit deiner Freundin zu wohnen, musst du ja trotzdem dich um die selten Sachen zu kümmern. Ja, aber nur zur Hälfte. Aber nur zur Hälfte. Naja, aber ihr saut ja auch doppelt so viel rum. Nee, wir haben, wir haben... Wo wir gerade über Doirty Talk reden. Wir haben, äh, ein sehr gesittetes und auch einen in sich kohärenten Putzplan und eine, eine, eine... Ihr habt einen Putzplan? Naja, im Kopf, der ist nicht ausgesprochen, aber es ist immer klar, es ist immer klar, wer am Wochenende für was verantwortlich ist. Ach, wirklich? Ja, ja, und das funktioniert auch tatsächlich. Gott, ihr seid so erwachsen. Ja, und das ist, das ist halt das, äh, ich weiß auch nicht, wo das herkommt, aber das hat sich halt so ergeben, weil ich glaube, wenn wir das nicht hätten, wäre, wäre halt, wäre halt schnell nicht mehr so sauber. Und, äh, es ist schön, dass wir immer noch beim Thema Dirty sind, finde ich, fällt mir gerade auf. Ähm, aber, also, allein einkaufen, kochen, ähm, den ganzen, also, klar, so behördlichen Kram und so, das, da muss man auch immer noch so ein bisschen, also, dass man seinen eigenen Ausweis irgendwie mal verlängert oder so. Aber, ähm, ansonsten ist das, ist das ja natürlich alles geteilt, was echt sehr, sehr cool ist. Ähm, und dann ansonsten, ich glaube, das Anstrengendste ist immer so der Anfang, also, wenn man irgendwo hinzieht und irgendwas macht, man muss sich um diesen ganzen Blödsinn wie Strom und Wasser und anmelden bei der Behörde und dann irgendwie erstmal überhaupt rauskriegen, wann ist es denn am geilsten einzukaufen oder so und wo überhaupt und wie funktioniert der blöde scheiß Gasherd? Und, wie ist das mit der Waschmaschine? Wie, wie viel Tabs sind zu viel? Äh, so solche Sachen. Aber wenn man das einmal alles drin hat, ist es halt, glaube ich, am Anfang, wie du sagst, ist es halt scheiße und dann wird es halt entweder besser oder, also, oder man arrangiert sich halt und sagt, ja, dann putze ich eben nicht. So. Ja, 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 genau. Das ist dann, dann musst du halt aber auch damit leben, dass da die Silberfischchen und weiß der Geier was irgendwas dann vor sich hinkriegt. So, das ist süß. Also, ich glaube, da muss man einfach durch und ansonsten hilft, glaube ich, wirklich echt ein Plan. Also, wenn man, wenn man sagt, so ey, ich möchte schon irgendwie, dass es halbwegs sauber ist, so irgendwie, dann muss man halt einmal irgendwie am Wochenende putzen. Das, es wird dann nicht. Ja, aber man kann ja auch einfach so putzen, dass man selbst glücklich ist. Also, es muss ja nicht das sein. Es muss schon ordentlich sein. Also, da muss man auch mal. Wenn du alleine, wenn du alleine lebst, musst du ja nicht, musst du ja nicht eben, nee, du musst ja nicht jede Ecke perfekt machen und dann auch wirklich nass durchwischen und so, sondern es kann ja auch einfach reichen, dass du regelmäßig nur irgendwie Staub saugst und sich dann glücklich fühlst, weil das jetzt so sauber ist, dass du happy bist. Ja, das funktioniert ein halbes Jahr. Und dann hast du, wie gesagt, Besuch von den Silberfischchen. Und die bleiben dann. Und dann bringst du mal jemanden mit nach Hause. Und der geht dann auf Toilette und guckt dann und denkt sich, warum bewegen sich denn die Fugen? Ich sage ja nicht. Ich möchte nur noch hinweisen auf die Gefahr, weil hier wird jetzt was vermittelt, da wäre ich vorsichtig. Ein Ratzfatz bist du Casino-Streamer, wo man immer nur deine scheiß Bude sieht und den Rest ist egal und du verdienst Millionen im Jahr. Ich sage ja nicht, dass du das nie machen sollst. Ich sage nur, um dann diese Sorge davor wegzukriegen, dass man sich nicht immer vornimmt, jetzt muss ich eigentlich alles machen, sondern ich mache halt nur kleine Sachen. Vielleicht macht man dann wirklich, wenn man, also, wenn man dann einfach sich so fühlt, dass man an diesem Samstag irgendwie früh wach wird, dann denkt man, warte mal, jetzt gerade habe ich doch eine Stunde, zwei Stunden Zeit. Und dann macht man das große Mal. Nicht, weil man das jetzt machen muss, sondern weil jetzt gerade hat man halt die Zeit und wenn nicht die Lust, dann zumindest fehlt die große Unlust an dieser Stelle. Das heißt, das eignet sich dann gut. Weißt du, dann kann man das halt so machen. Und es muss halt einfach gemacht werden. Das ist keine, also, wenn man, wenn man irgendwie will, dann, das muss halt, das sind halt keine Sachen, die müssen immer alle Spaß machen, muss dann halt einfach mal, ist halt so, so ist das Leben. Kann nicht immer alles, so jetzt, weißt du, so, das ist so ein Elternsatz. Da muss man auch nicht drüber diskutieren. Ja. Muss halt gemacht werden, Ende. So. Ja, ja. Dreckig machen kannst du ja auch, kannst du mal, äh, auch mal, auch mal drüber wischen. Was war der interessanteste Ort, den du je besucht hast? Oder ihr in dem Sinne? Da kommen nicht so viele, ich bin ja nicht so viel rumgekommen, ich bin jetzt ja kein großer Weltenbummler. Naja, das geht ja auch. Ähm, hab ich schon mal über die Bockwindmühle in Tönisberg jetzt gesprochen eigentlich an dieser Stelle? Die, 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 was? Die Bockwindmühle in Tönisberg. Ich hab's immer noch nicht verstanden. Bockwindmühle? Hab ich etwa, hab, hab ich etwa noch nie über die Bockwindmühle in Tönisberg gesprochen? Ist das die aus dieser T-Wurst-Werbung? Nein, lieber Mats, die Bockwindmühle in Tönisberg ist eine Windmühle, die auf einem bockähnlichen Gerüst steht. Den zweiten Weltkrieg überlebt hat und bereits in antiken Zeiten, 1910 oder so, äh, Brot hergestellt hat. Und diese Bockwindmühle ist der große Stolz von Tönisberg. Ich war in der Grundschule dort. Äh, wenn ich heute dort bin, dann bete ich immer noch einmal täglich vor der Bockwindmühle in Tönisberg. Ähm, und dafür, also ich war auch mal auf Bali, hab da so mal Tempel besucht, aber die verblassten für mich sehr in ihrer Schönheit, wenn ich dann die Bockwindmühle in Tönisberg mir im Kopf behielt. Ist das irgendwas Kultisches? Also, im Sinne, dass das Kult ist? Nee, im Sinne von, dass sie da mal irgendeine Leute verbrannt haben oder so. Oder dass da, keine Ahnung, unter dem Mühlstein wurden Babys irgendwie zermanscht und dann das... Ich bin mir, also ich würde da jetzt lügen, wenn ich behaupten würde, dass ich exakt Bescheid wüsste, wie Brot hergestellt wird. Ähm, ich kann nur vermuten, dass dem nicht so ist. Aber, aber, also ab und zu sind auch schon mal Leute verschwunden in den letzten Dutzend Jahren in Tönisberg. Ausschließen möchte ich deshalb auch nicht. Ja, vor allen Dingen. Ich weiß nicht, was in diesem Bock gelagert wird, weißt du. Ich weiß, dass diese Windmühle einen Bock hat, auf dem sie steht, aber ich weiß nicht, wieso, obwohl sie, soll die einfach größer sein, wollten die einfach angeben, wollten die keine kleine Windmühle haben oder ist dieser Bock leer und da drin liegt etwas wie zum Beispiel tote Tönisberger, die ins Brot gefüttert werden. Da bin ich mir einfach nicht sicher, lieber. Nee, da finde ich völlig in Ordnung. Entschuldigung, ich bin grad gedanklich so abgedriftet, weil ich gerade überlegt hab, du kennst ja diese, ich glaube Rügenwalder ist es, ne? Rügenwalder, wie das du fährst, äh, die haben ja als Logo auch diese, so ne Mühle. Ich weiß nicht, ist es die Rügenwalder Mühle? Vermutlich. Ich habe mich grad gefragt, hat man früher in der Mühle auch Teewurst gemacht? In der Mühle? Wieso glaubst du denn, dass man in der Mühle Teewurst gemacht hat? Naja, warum haben die das als Logo? Das frage ich mich gerade. Warum ist das so ein zentrales Element in dieser Werbekampagne? Und warum denke ich immer, wenn ich an diese... Gute Frage, das hab ich nie bedacht, die machen ja Wurst und nicht Brot. Naja, und das, da frage ich mich doch gerade, was ist da los? Und da war ich jetzt nämlich, weil du das so gerade so sagtest, ne? Da verschwinden manchmal Leute oder es sind Leute verschuldet und man kann nicht ausschließen. Dachte ich, es ist ja kein... Also, ist es eine dumme Idee, eine Leiche in der Mühle verschwinden zu lassen? Und die zu Wurst zu machen? Naja, also Wurst, ich weiß, aber du kannst da ja, da fällt mir jetzt irgendwie Oldboy ein und die letzte Faser werde ich zerkauen und mit so einem... Oh, hell yeah! Oh, Mats, du bist so heiß auf dem Milch. Und mit so... Einfach Quote da einfach aus dem Milch, Oldboy. Und da dachte ich nur gerade, mit so einem Mühlstein, mit so einem Mahlstein, da kannst du ja schon... Ich meine, die macht Korn zu Mehl. Weil, was würde passieren, wenn man da jetzt so einen Menschen reinlegt, einen Toten einfach mal? Würde da dann... Würde Teewurst am Ende rauskommen? Mühle ist ja sehr stark, doch, würde ich schon sagen. Wind und Mühlen, also gerade... Also, kommt drauf an, welche Mühle. Wenn du, glaube ich, so eine Standard-Windmühle hast, wird es irgendwie knapp. Aber wenn du so eine starke, alte, stolze Kasten-Bock-Windmühle wie ein schönes Berg hast, dann kriegst du, glaube ich, schon hin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in der Geschichte der Menschheit das nicht schon mal... Es wurde ja schon alles gemacht. Ja, doch, klar wurde mal ein Mensch gemühlt. Da würde ich auch schwer von ausgehen. Gemält. Vermält. Übrigens, ich möchte das nur ganz korrekt hier wiedergeben. Ich habe es gerade bereits einmal kurz gesagt, die Bockwindmühle in Tönesbeck ist nicht lediglich eine Bockwindmühle, sondern sie ist eine Kasten-Bockwindmühle. Das wollte ich hier nur noch einmal kurz deutlich machen. Du bist ja auch gerade auf der Wikipedia-Seite. Äh, das ist ein Fakt, den ich kenne. Wachst du das gerade wirklich aus dem Kopf? Nee, neben der Kasten-Bockwindmühle, die 1802 fällig gestellt wurde, gehören auch die katholische Pfarrkirche zu Highlights von Tönesberg. Ich habe mir noch nie so ein überzeugende... Lesen Sie das gerade ab? Nein, die Kasten-Bockwindmühle wurde das für 2018. Das war ja so überzeugend. Ja, nein. Ja, das gefällt mir sehr gut. Robin, das setzen wir bitte auf die Liste, wenn wir deine Eltern mal besuchen. Ja, auf jeden Fall. Jetzt möchte ich gerne diese Mühle sehen und wir machen da zusammen ein Foto. Kann man da rein? Äh, ja, also man kann auf jeden Fall so da drumherum... Kann man noch da rein? Also ich war da drin als Kind. Ähm, das weiß ich jetzt, ich glaube, es immer noch geht. Aber man konnte auf jeden Fall früher da so Besuche buchen. Äh, oder es gibt an bestimmten Zeiten, wo dich eine 105-jährige Frau da reinführt und zu Fuß verarbeitet. Also es ging früher. Ich muss vermuten, dass es auch heute noch geht. Hier, guck, ich sehe gerade Tönesberg. Ich habe nur noch Tönesberg gegoogelt. Das erste Bild, was du siehst, ist natürlich die Kasten-Bockwind-Mühle. Und eines der späteren Bilder ist eine Gruppe von alten, weißen Männern und, nee, Menschen allgemein. Und unser Zettel da drunter ist, CDU hat zum Rundgang durch Tönesberg eingeladen. Also vielleicht musst du dich da mal zum CDU-ischen Tönesberger Rundgang einladen. Und wenn die CDU da tatsächlich, äh, die Kasten-Bockwind-Mühle auslassen würde, dann, ähm, müssten die sich auch nicht wundern, dass ich die nicht wähle. Ich, äh, okay. Das war ein sehr durchdachter, äh, ausformulierter Satz, der mir ein bisschen Gedanken macht. Aber ich, 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 ich finde es gut. Okay. Naja, also, äh, das kommt auf jeden Fall in die Liste, äh, auf die Liste. Du musst noch sagen. Äh, äh, deine Eltern besuchen war ja natürlich doch, also das ist der Ausgangspunkt. Ach, das wird schon. Habt ihr sonst, nur, wenn wir jetzt gerade beim Thema sind, hast du sonst noch, also schon mal für mich so ein, zwei Dinge, äh, auf die ich mich gedanklich dann schon vorbereiten kann? Also neben der Windmühle. Einfach in Tönesberg. Ja, Tönesberg hat eine Ampel. Ähm, eine Zent, also eine Ampel gibt's in Tönesberg. Äh, das heißt, wenn du irgendwo hin willst, dann wirst du wahrscheinlich schnell, äh, gesagt bekommen, die ist bei der Ampel oder die ist nicht bei der Ampel, weil das grenzt schon mal sehr ein. Da weißt du eigentlich direkt, wo du hin musst. Deswegen möglichst schnell über die, über den Standort der Ampel bewusst machen. Ähm, ansonsten gibt's halt, also das CDU-Kartoffelfest ist natürlich ein zentraler Bestandteil der, der Tönesberger, äh, äh, des Daseins und das ist kein Scherz. Aber ich weiß, wir hatten das schon mal, aber ich finde erneut, dieser, dieser Name CDU-Kartoffelfest ist einfach, also besser kannst du jemanden nicht vorbereiten auf das, was da, was da passiert. Ja, ich weiß auch gar nicht ganz, warum, äh, das jetzt unbedingt, also, ja, traditionelles Kartoffelfest in Tönesberg, CDU-Campen, hier sehe ich's gerade. Und wenn ihr dann nach Bildern sucht, dann bekommt ihr auch sehr schnell das Bild von einem Mann, dessen Name ich kenne, hier aber nicht weiter, äh, äh, weitergeben möchte, der vor einer gigantischen Pfanne steht, auf dem Opte-Hipp-Platz, äh, und, äh, dort, äh, viele, viele Pfannenkuchen brät. Äh, nee, es kann ja eigentlich ein Pfannkuchen sein, es müsste ja, es muss ja ... Kartoffelpuffer. Äh, genau, äh, äh, und neben ihm steht original ein 1 Kilo, 1 Liter großer Eimer mit Apfelmus. Und, ähm, das find ich einfach wichtig, äh, dass wir wissen, dass es irgendwo in Tönesberg ein 1 Liter Eimer Apfelmus bereitsteht. Die Frage, ob sie da viele kleine Eimerchen reingemacht haben oder ob's den so original tatsächlich auch gibt als Mitmuse oder so. Also, das sieht, also, ich, ich sage Eimer, es ist tatsächlich eine Dose, äh, die verkauft wird. Oh, ich, ich seh die Grammzahl hier. Es sind 450 Gramm Apfelmus. Das ist, das ist schon ... Das ist ordentlich. ... eine Menge Apfelmus. Ich wusste nicht, dass das so gemacht wird, dass das erlaubt ist, so viel Apfelmus zu kaufen. Es ist ... Ich dachte, das fällt unter das Drogenschutzgesetz. Äh, oder das Apfelschutzgesetz oder so, das ist, das ist zu hart. Das, äh, interessant, interessant. Mats, du hast dich jetzt lange noch hingezogen. Was ist denn der beste Order, an dem du je warst? Ja, ich hab, ich hab's gezögert, weil das so unspektakulär langweilig ist im Vergleich. Also ... Ja, es ist natürlich sehr schwer, mit Carsten Bock, mit Mühle, Tönesberg mitzuhalten. Eben, weil da, wo ich war, gab's keine Windmühle. Äh, nee, also, ich muss, ich muss tatsächlich Hongkong, äh, ins, ins, ins Rennen werfen, weil das mich so nachträglich auch noch, äh, äh, bis heute beeindruckt. Und ich find's immer noch so interessant, dass das letztes Jahr war. Es ist, es ist jetzt noch nicht mal ... Doch, jetzt fast ein Jahr her. Und ich hab das Gefühl, das war irgendwie vor zehn Jahren. Ich kann, ich weiß nicht warum, aber vielleicht ist es auch Corona gewesen. Also, weil wir's ja noch wirklich geschafft haben ... War das? Nee, 2019? Ja, doch, muss ja. Muss ja 2019 gewesen sein. Wir haben's auch noch geschafft, bevor, äh, leider der politische Shit da ein bisschen durch den Ventilator geflogen ist, was ich hier abgezeichnet hatte, weil jetzt ja durch das Sicherheitsgesetz in China, äh, in, in Hongkong, äh, China da seinen Zugriff deutlich nach oben geschraubt hat und international nichts passiert ist. Und da die, die Jugend ums politische Überleben kämpft und verfolgt wird, die müssen raus. Also, das ist ganz furchtbar. Ähm, aber als wir da waren, war's schön. Wir sind ja auch einmal reingeraten in so eine Dokumentation, äh, Dokumentation, in so eine, ähm, in so eine Demonstration, wo sie dann, ähm, Steine aus dem Boden rausgeholt haben und die Gitter abgeschraubt haben und so und Tränengas und so, aber die waren sehr höflich. Das, das muss ich an der Stelle sagen. Die Demonstranten und Demonstrantinnen waren sehr, sehr höflich und insgesamt war das, äh, einfach so was anderes zu Berlin und Deutschland und Europa, das hat sich sehr, sehr eingebrannt. Aber, wie gesagt, keine Mühle, aber viel englischer Einfluss natürlich. Das muss man sagen. Da bin ich nicht überzeugt. Nee, ähm. Meinst du, es gibt in Hongkong keine einzige Windmühle? Warte mal, Hongkong-Windmühle. Also, höchstens vielleicht irgendwie in so einem Messebereich, wo man sich das touristisch angucken kann und denken kann, Mensch, irgendwann will ich mal nach Europa, irgendwann will ich mir das mal angucken. So eine richtige Bock-Windmühle. Nee. Ja, nee, also ich seh tatsächlich, da seh ich wenig Land. Also, die haben halt riesige Einkaufszentren, wo Eisbahnen dann im 40. Stockwerk sind und so und, und, also alles. Kann ich mir gar nicht vorstellen, so ein Leben ohne Windmühle. Ja, eben. Das, und das muss man sich halt dann, ähm, auch merken, irgendwie so. Es ist, woanders ist nicht zu Hause. So. Das ist wahr. Ja, und wenn zu Hause eben eine Windmühle und eine Ampel, so, dann ist das so. Dann muss man das auch akzeptieren. Woanders ist schön, aber eben nicht zu Hause. So. Kann ich dir nur zustimmen. Ja, das war aber schön, das hat mir sehr gefallen. Äh, wir machen, eine, eine Frage haben wir noch, war? Komm, eine, eine haben wir noch. Ähm. Wir haben nicht so viele für diese Folge und wir werden danach gleich ein bisschen noch ein bisschen so quatschen. Aber ja, noch eine Folge bitte. Äh, Frage bitte. Bist du, äh, ganz kurz, eher, eher Richtung Bekleidung oder eher, eher was Ernstes? Was sagst du? Oh, ich würde eher, glaube ich, Bekleidung nehmen. Weil wir hatten jetzt schon so was Ernstes. Ja, das stimmt. Mit der, mit der, mit der Mördermühle. Ähm, da würde ich wirklich gerne mal recherchieren. Da ist garantiert, ist da mal jemand gemahlen worden. Also, äh, die Frage ist ... Also, ich weiß, dass sich da Leute, dass sich da mehrere Leute schon vermählt haben. Das kann ich da definitiv bestätigen. Oh, gibt's da zusammen? Die Bilder hab ich gesehen. Weil man, ne, ne Vermählung ist ja auch ein Zusammenführen, nicht wahr? Und so ein ... Ich glaub, das ist lediglich, das dient dazu, dass die diversen Versprecher von den Mördern der Bockwindmühle einfach dahinter versteckt werden können. Die haben ständig gesagt, oh, wir haben wieder Leute vermählt. Und dann hat immer so die Polizei in ihre Richtung geguckt. Und dann haben die einfach angefangen, Hochzeiten anzubilden. Ich weiß, nee, nee. Es ist ja ... Der wird ... Also, wenn du jemanden verschwinden lässt in der Mühle, ist das Zermahlen. Und wenn man jemanden heiratstechnisch zusammenbringt, ist es Vermählen. Das stimmt. Und wenn du das aber vernuschelst, klingt es sehr ähnlich. Das heißt, du brauchst dich gar nicht so zu verstellen. Und ich glaube, da steckt schon ein bisschen ... Also, wenn ich ein Mörder wäre in Tönesberg, das klingt wie als ... Das ist eigentlich zu wahrscheinlich, als dass es nicht passiert ist. Gerade, wenn die so alt ist. Ja, ich würde auch behaupten. Würde ich auch behaupten. Okay. Gute Schuhe für Jungs. Fragezeichen. Da ist die Frage. Ach, das war's. Ich dachte, das war die Überschrift. Nee, das ist tatsächlich ... Das ist schon alles. Aber ich dachte, wir haben noch nie über ... über Klamotten gesprochen, glaube ich. Mhm. Und da wir beide sehr, sehr, sehr Klamotten ... Also, ich trage Klamotten. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn es sein muss. Aber ich habe bereits seit vielen Monaten eine strikte Jeans-Diät vollzogen. Weil Homeoffice halt erlaubt, dass ich nur noch Jogginghosen trage. Ich bin schon einen Schritt weiter. Ich trage eigentlich kaum noch Hosen. Das ist eine logische Konsequenz. Das ist mir einfach ein bisschen kalt. Nur noch sehr, sehr lange T-Shirts und Pullover. Das ist sehr cute. Also, das finde ich sehr, sehr cute, die Vorstellung, dass du dann ... Ja, doch, mag ich die Gedanke. Also, es ist wirklich ein sehr großer, weil du bist ja ein großer Junge. Lang. Lang, nicht groß, aber immer lang. Ein langer Junge. Das heißt, du musst ja wirklich dann XXL-Shirts haben, damit die dir auch lang genug reichen, dass du die so ein bisschen als Röckchen auch benutzen kannst. Es sind Sonderanfälle. Ja, aber auch klar, gehen auch Röcke theoretisch. Oder so Wonsies. Wobei bei Wonsies ... Na, es gibt die auch mit so Klettverschluss zum Raus. Aber so ein Wonsies ist so Endstufe, glaube ich. Wenn du nur noch ein Wonsie tragen musst, kannst. Wenn du dich geistig so weit drauf eingelassen hast. Nur noch ein Wonsie, den ganzen Tag. Ähm, das traue ich mir noch nicht. Aber wie gesagt, also Hosen bin ich eigentlich seit Homeoffice von ab. Ja, Hosen sind Quatsch. Ja. Gerade Männerhosen. Dass einfach Männerhosen keine Extratasche für Penis haben, ist für mich immer noch unglaublich, um das mal kurz anzusprechen. Ich weiß, das soll nicht das Thema sein, aber was soll das? Also, gute Schuhe für Jungs. Robin, was trägst du für Schuhe? Das wollte ich dich immer schon mal fragen. Oh, also ich trage auch erneut ... Ich trage seit eigentlich den letzten Monaten und hatte nur so knapp zehn Jahre alte Joggingschuhe. Ich habe mir, kurz bevor ich nach Berlin gezogen bin, habe ich mal eine Weile Sport getrieben. Also, es ist verrückt. Man kann sich heute kaum mehr vorstellen, aber ich war mal regelmäßig im Fitnessstudio und hatte den Körper eines jungen Adonis. Wirklich Bauchmuskeln. Ich hatte Muskeln an den Armen, Muskeln an den Beinen. An Orten, wo ich mir nicht bewusst war, dass es Muskeln es geben könnte. Nämlich irgendwo an meinem Körper. Also, ich war ... Das war aber zu krass. Ich habe gemerkt, meine Umwelt kann damit nicht umgehen. Ich selbst fühle mich damit auch nicht mehr ganz gut. Zu schön. Deswegen habe ich damit aufgehört. Habe aber noch diese Joggingschuhe von damals. Und diese Joggingschuhe habe ich damals für irgendwie 120 Euro gekauft. Mit Abstand das meiste Geld, was ich jemals für irgendwas Schuhiges ausgegeben habe. Ich bin normalerweise absoluter 15-Euro-Herrenschuhe-Verfechter. Habe dann aber da mal richtig Geld für ausgegeben. Ich habe mich beraten lassen von einem Kumpel, der sich da ein bisschen auskannte und so. Habt ihr dann gekauft. Mittlerweile ... Also, das war unfassbar geil, die zu kaufen. Also, man hat sich wirklich gefühlt, als ob man auf Wolken läuft. Es war richtig geil. Hat sich richtig gelohnt, das Geld. Mittlerweile haben die große Löcher, da, wo meine große C ist ... Ich weiß auch nicht, wie das genau ... Wie alt warst du, als du die gekauft hast? Zwölf? Nee, nee, die passen schon noch. Ach so, okay. Aber irgendwie, wenn ich dann laufe, und dann ... Weißt du, du befindest dich in der Laufbewegung, da gibt es so Momente, wo der große C an die obere Schicht des Fußes kommt. Und nach zehn Jahren hat der Schuh da aufgegeben. Und es gibt große Löcher dort. Und die sehen halt einfach aus wie zehn Jahre alte Schuhe. Die sind auch so hellgrün, leuchtend, weil es halt Laufschuhe sind. Also, viel Hässlicheres kann man sich nicht an den Fuß ziehen. Aber die sind halt sehr gemütlich, auch heute noch. Also, sie sind halt ausgelatscht und nicht mehr zum Joggen geeignet, so wirklich. Aber immer noch sehr gemütlich. Das heißt, dieser Tage trage ich eigentlich nur noch die und Jogginghosen. Und ansonsten habe ich wirklich über ... Also, über Schuhe denke ich wirklich denkbar wenig nach. Das liegt vor allem daran, dass ich selbst das nicht sehe. Also, du könntest die krassesten Schuhe der Welt anhaben, und ich würde das nicht erkennen wirklich. Deswegen fällt mir das schwer, Leidenschaft für aufzubauen. Okay, das ist ganz lustig, weil mir ist jetzt halt gerade so eingefallen, dass ich da tatsächlich mir in der letzten Zeit ein paar mehr Gedanken gemacht bin. Weil ich bin auf nachhaltige Schuhe umgestiegen seit jetzt ungefähr einem halben Jahr. Seit ich da mal was gefunden habe online und mir das mal so ein bisschen angeguckt habe, habe ich jetzt tatsächlich die letzten zwei Paar Schuhe habe ich bei denen gekauft. Die Allbirds heißen die. Und die sind so aus, weiß ich, Eukalyptusfasern und nachhaltig und bla, bla, bla. Und die Schnürsenkel aus recycelten Dings da, Wumms da. Weil ich so dachte, ich kann es nicht mehr anders. Also, die sind auch scheiße bequem, kosten aber auch irgendwie so ein bisschen über 100 Euro, das Paar. Ähm. Und das ist so, da bin ich dann irgendwie ... Da dachte ich so, ich kaufe jetzt keine anderen Schuhe mehr, weil die finde ich wirklich saugemütlich. Die gibt es auch für jede Gelegenheit und irgendwie mit Schafswolle und Pipapo und Leck mich am Arsch. Und deswegen bin ich tatsächlich jetzt da angekommen. Aber ich glaube, das ist auch einfach so die Dekadenz und das Alter, was irgendwie sich da jetzt so langsam ... Weißt du, das gönne ich mir. Die Paar Schuhe gönne ich mir. Äh, aber ... Das hört sich wie etwas an, was man erst ab 30 denkt, würde ich auch sagen. Ja, ich glaube, ja, ab 35. Das ist wirklich so ein Thema für sehr alte Menschen, die ... Vielleicht ist es schon so ein Vorreiter von so einer Midlife-Crisis. Weißt du, wo man so ... Das passt doch super zum Anfang, weil, wie gesagt, ich sitze auf dem Balkon und starre in die Nacht und denke an Knossi, der Millionen verdient mit dem Mist, den er da macht und so. Und dann sitze ich da und denke, Wer bin ich eigentlich? Und dann schaue ich runter und sehe meine Füße und denke, man muss irgendwo mal anfangen. Und dann sind es halt nachhaltige Schuhe für Geld. So. Also, was ist denn das Ding bei nachhaltigen Schuhen? Woraus sind die im Vergleich zu nicht nachhaltigen Schuhen? Wolle und Eukalyptusfasern und recycelten Plastik. Ist das Wolle? Ja, ja, Wolle, Schafswolle. Eukalyptusfasern. Eukalyptusfasern. Wofür sind die denn wichtig bei dieser Zusammenstellung? Was machen denn die Eukalyptusfasern in deinem Schuh? Das wird gemischt, das wird alles zusammen gemacht. Das kann man sich auch alles sehr gut angucken. Natürlich kann man jetzt die Frage stellen, aber Eukalyptus wächst ja jetzt gar nicht hier neben der Mühle. So, der muss ja auch irgendwo herkommen. Also, es geht jetzt nicht um so einen CO2-Abdruck, der nicht mehr vorhanden ist. Aber ich kann kurz mal hier aus dem Kopf rezitieren. Ein herkömmlicher Sneaker stößt 12,5 Kilo CO2 aus. So, der durchschnittliche Schuh, die ich jetzt trage, nur 7,6. Habe ich gerade rezitiert. Also, keine Ahnung, ich bin da irgendwie mal drauf gekommen und wollte mir dann eh neue Schuhe kaufen. Ich verfechte tatsächlich dieses Ding von ... Oha, oha. Kontrovers. Ich weiß, aber ich gebe für Schuhe lieber mehr Geld aus. Ja, ist doch blöd. Da würde ich dir ja entschieden widersprechen. Dass sie einfach ein bisschen länger halten, was, weiß ich, müsste ich jetzt noch mal recherchieren, ob das tatsächlich immer der Fall ist. Aber ich habe mit günstigen Schuhen, ich möchte sagen, mit billigen Schuhen, mit Wegwerfware, sehr schlechte Erfahrungen gemacht, was mein Fuß angeht. Aber lieber Nutz, das Problem sind da eindeutig nicht die Schuhe, sondern der Fakt, dass du zu viel läufst. Oh, das ist der schlauste Satz. Wenn mir das ein Arzt so gesagt hätte, würde ich aufstehen und sagen, ja, da habe ich ja ... Weil da habe ich wirklich überhaupt noch nicht dran gedacht. Wirklich, weil ich kaufe mir die billigsten Schuhe und die halten 20 Jahre bei mir. Aber du hast mir doch gerade erzählt, dass du Laufschuhe für über 100 Euro gekauft hast, die du jetzt noch trägst. Ja, genau, das war die eine Ausnahme. Aber auch andere Schuhe halten wir mir viele, viele, viele Jahre immer. Wie viele Paar Schuhe hast du denn? Warte, Entschuldigung, das muss ich gerade mal. Wie viele Paar Schuhe hast du? Ja, also tatsächlich, mein ganzes Leben hatte ich immer nur ein Paar Schuhe. Das war auch ein Punkt, an dem ich meinen Charakter, glaube ich, ein bisschen festgemacht habe. Ich bin ein Einschuhpaar-Typ. Hallo, mein Name ist Robin, ich habe nur ein Paar Schuhe. Ich finde, das beschreibt mich sofort sehr gut. Dann war ich aber vor zwei Jahren oder so mal wieder zu Hause zu Besuch bei der Family. Und meine Mutter hatte vor, irgendwo hinzufahren, einzukaufen. Und ich sitze da ja nur rum und entspanne und mache jetzt sonst nicht viel. Da habe ich gesagt, ich komme mit, ich helfe dir. Und dann sind wir, weil es ja auch schön ist, Zeit verbringen mit der Mutter dann. Das ist ja wunderbar. Ja, und dann gleich ein bisschen beim Einkaufen helfen. Und dann war da einfach so ein Schulladen neben dem Ort, wo sie einkaufen wollte. Und dann bin ich schön mit 27, im Alter von 27 Jahren, mit meiner Mama zusammen in den Schulladen gegangen und habe mit ihr Schuhe gekauft. Und da habe ich mich dann natürlich auch von Ehe überzeugen lassen. Stattdessen, ich glaube, es waren sogar drei Paar zu kaufen. Und ich glaube, ich habe knapp 50 Euro zusammen bezahlt. Holy shit. Irgendwie so 60 oder sowas. Und deswegen habe ich jetzt gerade, weil das waren Winterschuhe, einmal Sommerschuhe und das dritte, und, und, nee, das dritte weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, von denen gibt es jetzt noch zwei Paar. Also jetzt gerade habe ich tatsächlich zwei Paar Schuhe. Einmal eine für den Sommer, eine für den Winter. Dann habe ich meine zehn Jahre alten Laufschuhe. Und ich habe noch für Hochzeiten und so ein paar richtige Schuhe. Schwarze Schuhe. Also vier Paar Schuhe. Ich hatte diese Phase mit ein Paar Schuhe, hatte ich auch früher. Das hatte, glaube ich, so eine Kombination aus, Schuhe sind auch teuer. Und ich habe auch keinen Bock, Schuhe zu kaufen, wie ich auch früher gar keinen Bock hatte, überhaupt Klamotten zu kaufen. Ich habe auch heute keinen Bock, Klamotten zu kaufen. Das ist was, was ich immer mit viel seelischen Schmerz und verstreichender Lebenszeit, die mir in dem Moment bewusst wird, verbinde. Aber Schuhe, weil ich habe auch tatsächlich mir sehr, sehr gute Winterschuhe gekauft. Das war, muss ich sagen, eine der größten Fehlinvestitionen der letzten Jahre. Weil ich glaube, auch so um die 100 Euro hatte ich mir mal so richtig, richtig geile Winterschuhe, wo ich mir gedacht habe, wenn es dieses Jahr schneit. Und das war irgendwie vor drei Jahren oder vier Jahren. Und es hat seitdem nie wieder auch nur den Ansatz von Schnee gegeben. Das heißt, die sind so, die sind so, das sind irgendwie so krasse Wanderscheiß. Also ganz furchtbar. Aber ich habe auch tatsächlich wie du, ich glaube, ich habe jetzt drei Alltagspaar Schuhe. Dann habe ich auch für so etwas schickere Gelegenheiten irgendwie zwei Paar Schuhe und so ein, zwei Winterpaar Schuhe auch. Und dann halt noch Wanderschuhe tatsächlich. Also schon eine ordentliche Anzahl. Es ist schon eine ordentliche Anzahl. Wie man daraus aber so ein Status-Sneaker-Auspack-Leben machen kann, das weiß ich nicht. Das erschließt sich mir nicht. Aber es ist so, mit vielen anderen Klamotten fällt mir gerade ein, ist das ganz ähnlich. Weil ich bin, also ich habe jetzt auch nicht, beziehungsweise ich habe mich sehr erwachsen gefühlt, als ich wirklich mehr als irgendwie vier Pullover oder fünf Pullover oder so mal hatte. Das weiß ich auch noch. Weil ich die sonst auch immer so bis ins, bis ins. Das geht mir aber auch her. Also ich habe weniger. Beziehungsweise ich besitze mehr Pullover, aber viele davon, also tragend davon tue ich unter fünf. Ja. Ja, doch, ich glaube so fünf bis sechs trage ich auch, glaube ich, regelmäßig. Also im Wechsel natürlich. Aber jetzt gerade sitze ich halt, also jetzt ist ja sowieso extrem, jetzt sitze ich hier gerade in diesem ollen alten Giga-Pullover, weil der einfach flauschig ist. Und ich mag flauschige Dinge. Oh ja. Zum Tragen. Und so, da bin ich dann auch relativ schmerzlos. Aber das ist ganz, ganz interessant, wie sich dieses Schuhding irgendwie spiegelt. Ja, also generell alles, was mit Kleidung und Klamotten zu tun hat, da bin ich halt wirklich sehr, sehr raus. Ich habe gerade gemeinsam mit dem neuen Gorillas-Album, da habe ich mir natürlich auch die Vinyl gekauft, obwohl ich kein Abspielgerät dafür besitze, einfach so aus Collectible-Gründen, weil ich das schön finde zum Hinstellen. Aber jedenfalls habe ich das kauft. Und da war ein Gorillas-Shirt bei. Also ich befinde mich auf einem guten Weg dahin, dass 60 Prozent meiner T-Shirts Gorillas-Shirts werden. Und der andere Hälfte sind irgendwelche alten Videospiel-Shirts von der Gamescom. Und dann muss man sich halt leider alle sechs Jahre auch mal eine neue Hose kaufen. Das macht mir alles keinen Spaß. Ich habe ein cutes Gesicht, ich bin ein kühler Boy. Ich finde, das trägt mich. Und du kommst aus einer weltweit, also noch nicht bekannten, aber ich glaube, bei der berüchtigten Stadt mit der einen Ampel und der Mördermühle. Ja, die Mörder. Hey, das kann ich ja, liebe Tönisberger CDU, da bin ich nicht für verantwortlich. Ich glaube aber, dass die ... Das tut mir leid. Das spricht sich doch rum, als wenn ich nächstes Mal nach Tönisberg komme, dann kommt irgendwie Tanze Gudrun von der Kernstraße 7C und fährt mir mit ihrem Einkaufswagen in der Hacken. Nee, weißt du, was sie sagt? Ich habe das gehört, was ihr da in diesem Podcast erzählt habt. Und da ist mir aufgefallen, der Nachbar vom Onkel Klaus, der Bruder, der ist ja damals in den 60ern, ist ja weg. Und keiner wusste, wo er war. Und da haben wir alle gemutmaßt. Und dann gab es da dieses Gerücht, dass da irgendwas in der Mühle war. Aber da ist keiner nachgegangen. Und das war großer Fehler. Großer Fehler, sage ich dir. Danke, Robin. Der Schmidt-Georg, der ist einfach weg. Der ist einfach weg. Ja, ja, genau, der Schmidt-Georg. Der ist einfach ... Der wollte in den Kirk und war weg. Oh, die Kirk. Die Kirk kenne ich auch, ja. Das ist lustig gerade. Bergerplatz. Bergerplatz nennt man, was die dort reden, Tönisberg. Weil ich könnte jetzt gerade noch, weil ich auch in den letzten Monaten wieder an einen ... An tatsächlich, glaube ich, den unbekanntesten, erfolgreichsten, in Anführungszeichen, Serienmörder Deutschlands herangeführt wurde. Weil der in meiner alten Heimat ging, gewütet hat. Und das ist jetzt gerade erst alles so halb rausgekommen. Weil der irgendwie ... Ich glaube, in den 70ern oder 80ern hat er da unfassbar viel gemacht und getan. Und da haben sie jetzt irgendwie ... Letztes Jahr haben sie sein Grundstück, der hat sich irgendwann selber umgebracht, haben sie sein Grundstück noch mal untersucht. Und da irgendwie die Leiche von der Schwester des damaligen Polizeipräsidenten von Hamburg gefugt. Also, ganz absurd, Gördemörder. Aufregend. Fällt jetzt noch hier an dieser Stelle ein kleiner atmosphärischer Tipp. Wenn ihr nach der Mördermühle Lust auf neues Futter habt, guckt euch das doch mal an. So, Robin. Ja. Ich glaube, wir sind ganz gut wieder reingekommen. Ich glaube doch wirklich auch. Das war doch hervorragend. Und wir machen hier so einen richtig krassen Shadowdrop, haben wir gemacht. Plötzlich waren sie wieder da, die Boys. Ja, genau. Das Geheimnis, lieber Mann, ist ja, dass die Boys immer da sind. Wir kommen aber halt nur raus, wenn wir wirklich gebraucht werden. Und ich finde aber auch, guck mal, jetzt gerade für mich ganz persönlich, Biden hat gegen Trump gewonnen. Das ist jetzt ... Ich muss sagen, ich sehe da, dass heute alles ein bisschen distanzierter als damals. Ja. Ist, glaube ich, ein bisschen gesünder auch. Weil es ist nun mal Amerika. Das hat Einfluss auf uns. Aber man sollte sein Gehirn noch nicht überfordern, über alles sich gleichermaßen kümmern zu müssen. Aber das ist ziemlich geil. Dann morgen kommt eine neue Box raus, auf der ich Konsolen spiele, etwas besser spielen kann als vorher. Das, wofür ich für einen Euro bezahle, was mich unglaublich ... So, wie es dir versprochen wurde vor Jahren. Ja. Und endlich. Da freu ich mich. Super geil, super toll drauf. Absolut, ich möchte mich ganz kurz einreihen, weil meine kommt auch erst am ... Nee, meine kommt erst am Mittwoch. Wir reden hier über die Xbox, die neue. Ja, genau. Ich habe ... Es ist tatsächlich keine riesige, wahnsinnige Vorfreude, aber ich habe mir einen großen Stapel bei Ebay gebrauchter Xbox-Spiele, Xbox-One-Spiele gekauft, die ich eigentlich immer irgendwie mal so im Auge hatte. Und die habe ich jetzt sehr, sehr günstig geschossen. Und verspüre so, auch so, wo ich so denke, ah, dieses Wrestling-Spiel, das konnte ich ... Habe ich mal versucht zu spielen. Das hat acht Minuten Ladezeiten zwischen den Kämpfen. Mal gucken, vielleicht komme ich jetzt ja auf drei Minuten Ladezeiten. Oh ja, ja, ja. Das ist ein spannendes Experiment. Also, gerade, ne, um nicht zu sehr jetzt in den Videospiel-Tipp-Bereich abzutriften von meiner Seite aus, aber gerade für jemanden wie dich, der jetzt ja keine große Xbox-Connection hat und da auch einfach viel nicht gezockt hat, ist eigentlich die Series X oder Series S auch ein wunderbares Ding, um einfach Sachen für nachzuholen von vorher. Was anderes kannst du ja auch damit grad nicht machen. Das ist die andere Geschichte. Da merke ich irgendwie mein Alter, weil ich ja jetzt irgendwie seit dem ... Also, bewusst, ich glaube, das N64 war das erste so richtig krass bewusste und im Laden und irgendwie schnell haben wollen. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendeinen Konsolen-Launch irgendwie mitgemacht hätte, der rein aus spielerischer Sicht so ... Also, ne, unspektakulär irgendwie gerade verläuft, wie dieses Jahr auch in diesem gesamten Corona-Kontext. Es ist mega, mega weird, aber irgendwie auch interessant. Naja. Ja, es ist alles gerade recht faszinierend. Aber in diesem Block jetzt so mit der Wahl und dann mit den Next-Gen-Spielen und dann kommt jetzt noch ein neuer Ratsherrn. Ich finde, das ist doch ... Ich finde, das ist eine schöne Art und Weise, um zu sagen, 2020 kann trotzdem gut enden. Und wir tun unser Bestes dafür, um euch dabei zu helfen, dass ihr euch gut fühlt, um gut in das Jahr 2021 starten. So, und dann, ne, zur Corona-Impfstoffstudie von BioNTech. Großartige und vielversprechende Daten. Also, ich glaube, wir sind am Puls der Zeit. Ab jetzt geht's ... Nur noch Back-Out, das sind nie wieder schlimme Dinge. Total Sohle. Alle Nazis sind weg. Richtig. Wir haben's geschafft. Leipzig ist gar nicht ... Also, da ist nix ... Die Utopie. Da hab ich gar nix gesehen. Ach, oh Gott. Schickt uns ... Gott sei Dank hast du das vergessen. Schickt uns eure Fragen. Ja. Falls ihr Fragen zu Leipzig habt, zum Beispiel so eine Frage, what the fuck Leipzig, das könnt ihr uns zum Beispiel schicken, gerne an frage-at-die-Ratsherrn.de. Polizei, ne? Polizei auch gerne, schreibt uns auch da. Zum Beispiel auch über Twitter an die Ratsherrn oder an askfm-die-Ratsherrn. Da könnt ihr uns erreichen. Wir gucken uns das jetzt wieder sehr aktiv an. Und wie gesagt, wir werden jetzt hoffentlich in sehr nahe Zukunft dann eine klassische Folge releasen, die sich dann wirklich primär mit euren Fragen und unseren Antworten ... Deswegen, falls euch jetzt gerade was einfällt, dann sofort geht an eure mobilen Internet-Endgeräte oder an euren PC oder an eurer Siri. An eurer Siri. Wow. Schickt uns eure Fragen, bevor ihr es vergesst. Vielen Dank. Danke für diese zusammenfassenden Worte, Robin. Ich schicke Liebe und Grüße und ein Kussmund zu dir ins Büro und sage Tschüss. Dankeschön. Ich auch an dich. Ich auch an dich. Auf Wiedersehen. Ich habe euch alle ... Ja, nicht lieb, dafür kenne ich euch nicht gut genug, aber ich verspüre Sympathie. So. Schönen Abend. Das ist toll. Tschüss. Tschüss.